Hallo, mein Name ist Nicola Ebenbeck und heute geht es ums adaptive Testen. Und zwar schauen wir uns genauer an, was adaptives Testen eigentlich ist, was während dem adaptiven Testen passiert und welche Vorteile adaptives Testen gerade so im Kontext Schule eigentlich hat. Also worum geht es in diesem Video im Groben? Adaption heißt ja im Grunde Anpassung. Es geht also um Testinstrumente, die an SchülerInnen angepasst werden können oder auch um Testinstrumente, die sich eben selbst an SchülerInnen anpassen. Und da kann man grundsätzlich unterscheiden in analoge oder digitale Tests, sprich Tests, die man entweder am Papier und mit einem Stift ausfüllt oder digitale Tests, für die ich in den Computern, Tablet oder irgendeiner Art von mobilem Endgerät brauche. In diesem Video fokussieren wir uns vor allem auf digitale adaptive Tests, aber nur für euch, um das im Hinterkopf zu behalten, analoge Tests gibt es eben auch. Wie gesagt, es geht jetzt ums digitale adaptive Testen. In der Literatur wird das aber total unterschiedlich genannt. Also manchmal sprechen ForscherInnen auch vom computerbasierten adaptiven Testen oder wenn man in die englische Literatur geht, auch mal vom computerized adaptive testing oder vom tailored testing. Völlig unabhängig davon, wie man es nennt, steckt aber eigentlich immer das Gleiche oder etwas sehr Ähnliches dahinter. Es geht um Tests, die angepasst werden können. Und diese Anpassung kann sich grundsätzlich erstmal auf alles beziehen. Normalerweise versteht man aber unter diesen Begriffen eine Anpassung der Aufgabenschwierigkeit. Also es geht um Tests, die je nach SchülerInnen unterschiedlich schwer sind. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass starke SchülerInnen zum Beispiel schwierigere Aufgaben bekommen als SchülerInnen mit schwächeren Leistungen. Die würden dann leichtere Aufgaben in so einem adaptiven Test bekommen. Natürlich weiß der adaptive Test aber nicht von selbst von Anfang an, wie gut der oder die Schülerin ist und welche Aufgabenschwierigkeit eben am besten zu ihm oder ihr passt. Und deswegen arbeitet ein adaptiver Test mit einem adaptiven Test-Algorithmus. Wir wollen hier gar nicht zu tief technisch einsteigen, aber nur damit ihr wisst, was eigentlich während dem adaptiven Test passiert, gehen wir das einmal gemeinsam durch. Also was passiert eigentlich in einem adaptiven Test? Als Lehrkraft oder als Testleitung sehe ich ja eigentlich nur, dass ich den Test starte, weiß aber jetzt im ersten Moment nicht, was während der Testung passiert. Und vielleicht ist es mir auch in gewisser Art und Weise erstmal egal. Trotzdem ist es gut zu wissen, was eigentlich während der Testung passiert, damit ich auch weiß, wie die Person, die ich teste, eigentlich getestet wird. Wir gehen Schritt für Schritt jetzt durch den adaptiven Algorithmus durch. Und der adaptive Test startet logischerweise am Anfang. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein adaptiver Test starten kann. Also ihr müsst euch vorstellen, in einem Test macht ein Schüler bzw. eine Schülerin ja mehrere Aufgaben, sogenannte Items, hintereinander. Und irgendwie muss ja bestimmt werden, was das erste Item ist. Da ist es jetzt so, das kann entweder bestimmt festgelegt sein. Dann wäre es so, dass der adaptive Test immer mit demselben Item startet. Es kann aber auch sein, dass der adaptive Test einfach ein zufälliges Item zieht. Sprich, man hat ja einen Pool aus ganz vielen Items, eben den sogenannten Item-Pool. Dann würde der adaptive Test bzw. der adaptive Algorithmus einfach irgendein Item zufällig ziehen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass der adaptive Algorithmus ein Item auswählt, das statistisch am besten zu der Person passt. Also um ein Item auszuwählen, das statistisch am besten zur Person passt, braucht der adaptive Test aber vorher schon Informationen zu der Person. Zum Beispiel durch einen Test, den das Kind vorher schon gemacht hat. Oder falls derselbe Test mehrmals hintereinander durchgeführt werden soll, dann könnten auch da vorherige Informationen einbezogen werden. Der Vorteil bei einem Item, das vorher festgelegt wird, ist natürlich, dass ich weiß, wie schwierig der Test startet. Sprich, dann weiß ich als Testleitung, ist das erste Item eher leicht, ist das erste Item eher schwer. Bei einem zufälligen Item kann ja theoretisch alles kommen. Stellt euch vor, ein Kind bekommt die erste Aufgabe und dann gibt das Kind ja auf diese erste Aufgabe eine Antwort. Diese Antwort ist dann entweder richtig oder falsch. Zumindest wenn wir mit richtig und falsch Kategorien in einem Test arbeiten. Der adaptive Test bewertet dann, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Und dann ist die Frage, was tut er mit dieser Information? Normalerweise ist es so, dass auf eine falsche Antwort meistens ein leichteres Item folgt, weil der adaptive Test ja davon ausgeht, oh, okay, dieses Item war vielleicht zu schwer, dann kriegt er ein leichteres. Dementsprechend andersrum, auf eine richtige Antwort folgt dann meistens eine schwierigere Aufgabe. Was passiert dabei aber eigentlich im Hintergrund? Es ist so, dass mit jeder Antwort der Test ja mehr Informationen über die Person und ihre Fähigkeiten bekommt. Also am Anfang hat der Test zum Beispiel nur Informationen über das erste Item. Wenn dann diese Aufgabe richtig oder falsch gemacht wurde und die nächste Aufgabe beantwortet wird, hat der Test ja schon Informationen über zwei Antworten und so weiter. Und nach jeder Antwort schätzt der Test mit allen Informationen, die er eben zu diesem Zeitpunkt hat, die Fähigkeit der Person neu ein. Könnt euch vorstellen, je mehr Informationen der Test hat, umso genauer kann das natürlich auch einschätzen. Und diese geschätzte Personfähigkeit, also das, was der Test nach jeder Antwort schätzt, das dient dann eben als Grundlage, um das nächste Item auszuwählen. Soweit macht man das, das Ziel von dem Ganzen ist, dass das nächste Item, also das, das als nächstes ausgewählt wird, eben am besten ist für die Person, sprich am meisten Informationen über die Personfähigkeit der Person geben kann. Was heißt das jetzt konkret? Manchmal kann auf eine richtige Antwort auch ein leichteres Item folgen. Das ist zwar selten, kann aber passieren, wenn halt dann genau dieses Item dem Test vermutlich viele Informationen zur Fähigkeit der Person geben kann. Diese Schleife, das auf eine richtige Antwort eine schwierigere Aufgabe folgt und auf eine falsche Antwort eine leichtere Aufgabe, die Schleife geht so lang, bis die sogenannte Stopp-Regel erreicht ist. Also die Frage ist, wie endet eigentlich der adaptive Test? Da gibt es jetzt auch wieder, wie auch beim Start, verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr populäre Möglichkeit ist, dass der Test dann endet, wenn er mit einer gewissen Genauigkeit sagen kann, wie gut denn jetzt die Person ist, sprich wie hoch die Fähigkeit der Person ist. Diese Genauigkeit kann man vorab einstellen. Als Testkonstrukteur überlegt man sich das vorher einmal, ja okay, wie genau möchte ich denn, dass der adaptive Test misst? So ein adaptiver Test kann aber auch nach einer gewissen Testlänge enden, zum Beispiel nachdem das Kind 20 Aufgaben bearbeitet hat. Oder schlussendlich kann ein adaptiver Test natürlich auch enden, wenn eine Person alle Items im Itempool bearbeitet hat, sprich wenn es einfach keine Items mehr gibt, die der Person vorgeschlagen werden könnten. Wenn wir uns das einmal so auf einer Skala anschauen, wie sich die Aufgabenschwierigkeit jetzt eigentlich während so einem adaptiven Test verändert, dann würde das ungefähr so aussehen. Stellt euch vor, die erste Aufgabe ist relativ leicht. Also wir haben auf der Y-Achse die Aufgabe Schwierigkeit. Unsere erste Aufgabe ist der grüne Punkt, relativ weit unten, also relativ leicht. Grün mit dem Haken bedeutet im Endeffekt nur, dass die Person die erste Aufgabe richtig gemacht hat. So was passiert dann. Die erste Aufgabe ist richtig, also folgt danach eine Aufgabe, die etwas schwieriger ist. Das seht ihr jetzt in der Abbildung daran, dass der Punkt eben ein bisschen weiter höher ist, sprich die Aufgabe Schwierigkeit ist etwas höher. Auch diese Aufgabe macht unser Beispielkind richtig. Also kommt wieder eine schwierigere Aufgabe. Diese Aufgabe, die jetzt wieder etwas schwieriger ist, macht das Beispielkind jetzt aber falsch. So was passiert dann. Vermutlich würde der adaptive Algorithmus jetzt eine Aufgabe vorschlagen, die von der Schwierigkeit her über der letzten richtigen, aber unter der letzten falschen ist. Also ihr seht irgendwo in der Mitte, diese Aufgabe ist dann richtig. Und wenn wir uns das einfach mal so im Verlauf anschauen, seht ihr, dass sich so durch dieses richtig und falsch beantworten, irgendwann die Aufgabenschwierigkeit ziemlich genau auf der Personenfähigkeit des Kindes einpendelt. Die können wir jetzt nämlich ungefähr schätzen. Die liegt ungefähr hier. So was sind eigentlich jetzt Vorteile des adaptiven Testens? Wieso macht denn das und wieso ist das relevant? Ganz kurz und knapp könnte man sagen, man bekommt durch adaptives Testen kürzere Tests mit weniger Aufgaben. Sprich die SchülerInnen müssen nicht alle Aufgaben eines Tests bearbeiten, sondern weniger. Das kommt daher, dass sie ja nur die Aufgaben beantworten, die für sie auch relevant sind und dadurch Aufgaben wegfallen, die vermutlich viel zu schwierig oder viel zu einfach wären. Dadurch, dass die SchülerInnen weniger Aufgaben bearbeiten, haben sie natürlich auch eine kürzere Bearbeitungszeit. Das ist natürlich ganz praktisch für die Schule, wenn ich einfach weiß, okay, der Test ist relativ kurz. So, für wie viel Zeit ersparen sprechen wir da? Es ist so, dass man, man muss natürlich sagen, je nach Größe des Altenpools, aber man kann schon sagen, dass ein adaptiver Test um die 60 Prozent kürzer ist als ein nicht adaptiver Test im Vergleich. Dadurch, dass die SchülerInnen ja vor allem Aufgaben auf einer ungefähr passenden Schwierigkeit erhalten, entsteht auch weniger Gefahr für eine grundsätzliche Über- oder Unterforderung durch so einen adaptiven Test. Auf Seiten der Testleitung ist es so, dass es wie bei allen computerbasierten Tests natürlich praktisch ist, dass die Auswertung der Testung eben auch computerpassiert geschieht. Sprich, die Testleitung muss zum Beispiel keine Testscores ausrechnen. Das ist jetzt aber nicht per se ein Vorteil des adaptiven Testens, sondern eher am digitalen Testen per se. Und was auch noch so ein Punkt ist beim adaptiven Testen, es gibt weniger Gefahr für Fehler bei der Testdurchführung. Auch das ist aber was, das sehr eng grundsätzlich mit digitalen Testverfahren überschnitten ist. Sprich, alles, was eine Maschine, also der Computer, erledigt, ist halt sehr fehleranfällig, was menschengemachte Fehler angeht. Es gibt aber natürlich auch ein paar Dinge zu bedenken. Zum einen braucht man für adaptives Testen eine wirklich aufwändige Testkonstruktion und Testentwicklung. Sprich, adaptive Tests sind keine Tests, die eine Lehrkraft selbst im Unterricht normalerweise erstellen kann, sondern stattdessen müsste die Lehrkraft auf Tests zurückgreifen, die es schon gibt. Und zum anderen, gerade bei der digitalen Version, braucht man eben ein mobiles Endgerät oder ein Computer. In der Schule werden ja zum Beispiel auch oft Tablets eingesetzt in den Klassen. Also die sind halt dann notwendig, um so einen digitalen adaptiven Test überhaupt durchführen zu können. Je nach Test kommen dann vielleicht auch noch weitere Sachen dazu, also weitere Voraussetzungen hinzu, wie Internet, eine spezielle Software, Mikrofone etc. Aber auch hier muss man sagen, das ist in erster Linie ein Nachteil beziehungsweise ein Punkt am computerbasierten Testen per se, also an allen Tests, die digital durchgeführt werden und jetzt gar nicht unbedingt am adaptiven Testen. Gut, damit haben wir eine kleine Einführung zum adaptiven Testen hinter uns. Unten verlinke ich euch dann noch ergänzende Einführungsliteratur zum Thema und noch ein, zwei Studien, die adaptives Testen gerade so im Kontext der Pädagogik, Schule und Sonderpädagogik aufgegriffen haben. Vielen Dank fürs Zusehen.